Ihr schaut so, als hättet ihr noch nie einen Hund gesehen. Wisst ihr, was das Traurige ist? Ihr glotzt mir dabei zu, wie ich mir etwas anglotze. Sowas nennt sich dann auf YouTube Reaction. Und ich kann mir mit den Klicks Leckerlis kaufen. Boah Skittles, ich liebe diese Kacke. Davon bekomme ich zwar immer Fürze wie sonst was, aber die muss dann eh nur Kyo riechen. Was ist denn das? So ein Elf läuft hier einfach random rum. Das kauf ich dir nicht ab, Bro. Ich meine, wuff, das muss Fake sein. Damit könnt ihr vielleicht Kyo pranken, aber nicht mich. Kann man das denn nicht noch schlechter faken? Wow, wie stark dieser Elf ist. Das muss wohl an den Spekulatius liegen. Versucht dieser Elf gerade wirklich Süßigkeiten zu klauen? Elf liebt Süßigkeiten. Ich auch. Aber der dicke Kyo frisst mir immer alle weg. Ja, ich weiß, Skittles ist mein Favorit. Was? Er kann auch noch reden? Ja, das ist das. Wie ausgefuchst. In this video, the Bingham family with over 1.15 million subscribers showed how their Elf on the shelf, Fred, moved from one spot to another. According to the family, the last time they saw Fred was on the uppermost part of the shelf, since their kids were curious about how Fred moves around the house. What? Hat er gerade Bungee Jumping ohne Seil gemacht? Und da jumpt er einfach mal auf den Weihnachtsbaum, als wäre er Spider-Man. Und er geht weiter in die Lebensruhe, followed by a quick fly-to-the-Christmas-Street-Trick. Ich schwöre auf Kios Ohrläppchen, das ist Fake. In the first few moments of this clip, we'll see this mischievous Elf doing mischief at night. Und er rutscht einfach mal runter, als wäre er bei der VOG-WM. Okay, das mit den Lichtern macht mir Angst. What? Der Elf klaut Socken? Ha, wenn man drauf steht. Der Typ sieht aus wie mein Cousin. Spaß, ich hab keinen Cousin mehr. Der Laster war zu schnell. Oh, da war was. Was hat der Sprecher gesagt, das war echt? This dad wasn't even trying to set up the camera yet to catch their Elf-on-the-shelf move, but the Elf just did him the favor and saved him the time by just flying straight ahead and surprising the dad. Hang on till the last clip, it just gets crazier. Ich trau dem Braten nicht. Elf-on-the-shelf caught moving a CCTV. I mean, how do they even do it? Okay, okay, let's get to the video. Look closely at the kitchen counter. Was? Ich check gar nichts. ...and they'll climb its way up, probably for some treat. Da ist er, er klettert. ...and then the first time they caught their Elf moving in the middle of the night, they set up cameras on different parts of the house. Here's another clip on the- Der schant da einfach rum? ...yawning here and there, jumping off the desk, going straight to the bathroom, probably going to do the number two, after sneaking some treats in the kitchen. Oh, wieso ist da jetzt ein anderer Sprecher? Den Alten mochte ich mehr. Hungry Elves. Apart from reporting Santa about what gifts to give us on Christmas, Elves like to play around the house and sometimes make a mess. Like this one here, when the mom of the house woke up to a very messy kitchen. Was? Ist er tot? Hey, der hat sich einfach die Erdnussbutter gekrallt. Dieser Schlawiner. The Elves were probably just having a good time that night, right? Hat er seine Artgenossen gefressen? Other than that, this clip also shows just- Oh, der gönnt sich einfach ein paar Jack Daniels Shots. Warum nicht, Bruder? Roll the clip. Sart! That's the peanut butter that I- that I like to make my peanut butter in marshmallow sandwiches. What in the world? Ugh. Disappearing Elf. This kid was introducing their Elf on the Shelf named Jingle and later he leaves the Elf in front of the camera in an attempt to capture it moving on video. Wenn das echt ist, bin ich Mutter Teresa. And then it just vanishes into thin air. Hashtag Fakey Makey. Didn't move at all while the video was being recorded. That would be extremely embarrassing for those attempting to catch them. Security Camera Catch Elf on the Shelf Moving This young kid and his father were playing back security footage that they set up in his room. The Elf on the Shelf doesn't want to be seen moving when people are around, but in this case, it did start moving while on camera. This is insane and I can't believe... Wir haben scheinbar Überwachungskameras aufgestellt und gesehen, wie sich der Elf bewegt. Do you think the Elf on the Shelf was moving around on the camera? Or was this a fake clip? In my opinion, this seems to be real, because we can see the Elf on the Shelf moving his body and even standing up on two legs. Okay, das muss echt sein. You could fake this, but we can see Elf on the Shelf moving out of the box, jumping out of the box. Ey, der Piss hat ein Star Wars T-Shirt. Ich mag dich. Ich verstehe nicht, was diese Weihnachtselfen mir überhaupt vorhaben. Können die nicht einfach ihren Job machen und nichts tun? Fake! Elf in a Jar. This Elf on the Shelf made its appearance to a family just... Ey, der Elf ist gefangen. Jemand muss ihn retten. In Canada, last December 2020. The Elf was stuck in a jar, and we all know, you can't just keep an Elf inside a jar forever. They are bound to use their magic and go from place to place and sneak out in order to report to Santa about the nice and naughty kids. Na klar, er macht das einfach selbst. ...basically got himself out of the jar. Let's roll it. Elf on the Car. On to the last Elf on the Shelf sighting, but definitely not the least. Oh, der Elf fährt vom Baum. Hoffentlich hat er sich nichts gebrochen. Okay, der rollt einfach mal wie James Bond zum Auto und verzieht sich damit. ...we all the way is sleeping soundly in their beds is he gets out of the Christmas tree and rides the cool car by himself. Erzähl das meiner linken Pfote. ...drivers license, my little elf. Later on, he just sneaks about everywhere. And that's it for this video. Ich bin weg für heute. Was für ein Mist. ... ...